Weißt du noch damals, als wir am Anfang gedacht haben, Low Carb wäre teuer? Ja, ich kann mich gut erinnern. Okay. Guten Tag. Wir sind Nico und Froni von salala.de und wir zeigen dir, wie einfach Low Carb funktioniert. Jeden Mittwoch findest du hier auf diesem Kanal ein Video zum Thema, wie geht Low Carb eigentlich? Und jeden Samstag ein neues Low Carb Rezept. Wenn du nichts davon verpassen willst, dann drück mal da unten auf den Abonnieren Knopf und daneben auf die Glocke, damit YouTube dich benachrichtigen kann, wenn wir ein neues Video rausgebracht haben. Low Carb ist zu teuer. Das ist was, was wir relativ regelmäßig in unseren Facebook-Gruppen lesen. Das sind Fragen, die per E-Mail reinkommen und was man auch sonst so hört. Weil ja, Nussmehle und bessere Fette kosten mehr Geld und das ganze Zeug, das ganze Fleisch kann ich mir alles nicht leisten. Aber stimmt das überhaupt so? Fakt ist ja, Nussmehle sind teurer als Weizenmehl und Erythrit und Xylid sind teurer als Zucker. Aber lass uns doch mal vergleichen. Unser Chia-Leinsam-Hüttenkäsebrot liegt pro Kilo bei so um die 7 Euro. Wenn du jetzt zum Bäcker gehst und dir dort ein normales Brot kaufst, zahlst du vermutlich so zwischen 3 und 3,50 Euro, je nachdem welche Sorte. Wenn du jetzt aber ein hochwertiges Brot kaufst, das aus frisch gemahlenem Mehl gebacken ist und der Sauerteig dürfte vielleicht noch so 24 Stunden oder mehr gehen, dann legst du auch da bei so um die 6 bis 7 Euro. Der Fairness halber muss man jetzt aber auch sagen, dass so ein Low-Carb-Brot eine deutlich höhere Nährstoffdichte hat als ein Brot vom Bäcker aus Weizen oder Dinkel oder sonst was. Vitamine, Mineralstoffe und insgesamt der Energiegehalt von einem Low-Carb-Brot sind wahrscheinlich das Doppelte von einem Bäckerbrot. Das bedeutet, du bekommst für dein Geld auch viel, viel mehr und du isst auch weniger davon. Der andere Punkt ist, wir backen viel, viel weniger, als wir früher beim Bäcker gekauft haben. Weil Nachbauten gehören eigentlich auch gar nicht zu einer normalen Low-Carb-Ernährung. Klar, kann man mal machen. Wir backen irgendwie alle paar Wochen mal ein Brot. Knäckebrot gibt es öfter, aber jetzt garantiert nicht täglich. Früher gab es schon fast täglich irgendwie Semmelchen oder aufgeschnittenes Brot. Aber Low-Carber essen viel, viel, viel mehr Fleisch und Fisch als vorher. Ist das wirklich so? Wir essen, seitdem wir uns Low-Carb ernähren, eher weniger Fleisch als vorher, dafür aber in höherer Qualität. Außerdem macht besseres Fleisch dank einer höheren Nährstoffdichte schneller und länger satt. Und aus unserer Sicht sind Low-Carb und Keto auch nicht diese reinen Fleischfresser-Diäten, wie uns die Medien immer weiß machen wollen. Und was ist jetzt mit den gesunden Fetten? Weil Butter, Olivenöl und Kokosöl sind doch teuer. Ja, die kosten etwas mehr, aber Sonnenblumenöl und Margarine machen krank. Du kannst sowieso nicht hingehen und sagen, du kaufst jetzt immer das Billigste, ich gucke immer auf den besten Kilopreis oder Literpreis und das nehme ich dann. Das machen wir Deutschen mit Vorliebe beim Essen, bei allem anderen aber irgendwie nicht. Das ist was, was mir persönlich manchmal irgendwie nicht in den Kopf geht. Wenn es um Kleidung geht, wenn es ums Auto geht, wenn es um den Garten geht, wenn es ums Haus geht. Wir geben lieber die Hälfte mehr aus, weil hält ja länger und man hat mehr davon und es ist bessere Qualität. Außer wenn es ums Essen geht, dann nehme ich lieber das, was 10 Cent weniger kostet und weil er billig, ne? Ach, apropos billig. Wenn du eine gute und günstige Alternative für ein gesundes Bratfett haben willst, schau dich mal nach Rinderteig um. Frag deinen Metzger. Aber MCT-Öl ist jetzt wirklich teuer. Ja, das stimmt. MCT-Öl ist wirklich teuer. Aber MCT zählt jetzt auch nicht zu diesem Standard-Nahrungsmittel, sondern ist eher als Nahrungsergänzungsmittel anzusehen, das schon so in die Richtung Biohacking gehört. Wenn du MCT zu dir nehmen willst, dann nimmst du davon am Tag irgendwie so zwei bis drei Esslöffel und dann reicht so eine ganze Flasche auch relativ lang. Wie ist das jetzt eigentlich bei dir? Bist du noch in der Phase, wo du sagst, boah, das kann ich mir alles gar nicht leisten, weil Mehl für 20 Euro als Kilo ist mir viel zu teuer und Öl für auch nochmal 20 Euro den Liter? Nee, das mag ich nicht. Oder bist du schon in der Phase, wo du sagst, ja, meine Gesundheit ist es mir wert und eigentlich ist es gar nicht so teuer? Schreib es uns doch einfach unten in die Kommentare und sag uns, was du von der ganzen Geschichte hältst. Wir haben jetzt fast fünf Jahre hinter uns und wir haben uns akklimatisiert. Was ist mit dir? Aber lass uns doch nochmal genauer hinschauen. Mit was vergleichen wir denn hier eigentlich? Ja, okay, wir wollen jetzt nicht behaupten, dass Low-Carb-Ernährung, zumindest so wie wir die empfehlen und praktizieren, nicht etwas teurer ist als die vorherige Billignahrung mit TK-Pizza, Billignudeln und Schlemmerfilet oder sowas. Aber der Vergleich ist auch einfach nicht fair, weil diejenigen, die eine Ernährungsumstellung machen, die sich gesund ernähren und dabei ist es jetzt mal völlig außen vor, ob wir jetzt von Low-Carb, High-Carb oder irgendeiner anderen Ernährungsumstellung sprechen, achten plötzlich bewusst auf die Qualität der Nahrungsmittel, auf die Herkunft, auf Mengen und so weiter und so weiter. Und ja, das wird ein kleines bisschen teurer als vorher, weil man besseres Zeug kauft. Das ist so. Fakt ist, gutes Essen kostet einfach gutes Geld. Das war schon immer so und wird vermutlich auch immer so bleiben, wenn man jetzt nicht zu Hause sein eigenes Gemüse selber anbaut. Aber lass uns den Spieß doch mal umdrehen. Lass uns das mal von der anderen Seite betrachten. Was fällt denn alles weg? Was kaufen wir bei Low-Carb nicht mehr? Was ist mit den ganzen Süßigkeiten? Ich persönlich will eigentlich gar nicht wissen, wie viele tausend Euro an Chips, Schokolade, Eis, Süßkram, Knabberzeug wir in den letzten paar Jahren nicht gekauft haben. Fertiggerichte oder halbfertige Gerichte sind gar nicht so billig, wie man meint. Es sei denn, man kauft natürlich das ganz, ganz, ganz billige Zeug. Das ist aber dann echt nur noch Bullshit. Sobald du auf ein kleines bisschen hochwertigere Ware gehst, also wie Frosta oder Bofrost oder solche Dinge, ist das nicht mehr günstig. Und wenn du dann den fairen Vergleich machst und dann frisches Gemüse, frischen Salat und frisches Fleisch kaufst, dann kommen wir preislich nämlich ungefähr aufs Gleiche raus. Wir geben auf jeden Fall kaum mehr Geld aus als vorher, weil wir essen einfach viel weniger und wir kaufen viel bewusster ein. In unserem Einkaufswagen landen zum Beispiel auch viel mehr Gemüse und Salat als früher. Der bewusstere Umgang mit Lebensmitteln hat bei uns noch einen ganz anderen Vorteil. Wir werfen weniger weg als früher. Ein Punkt, den ich bei mir regelmäßig beobachten kann, ist, dass qualitativ hochwertigere Tierprodukte viel, viel schneller satt machen. Ich kann beispielsweise ohne Probleme ein 700 Gramm Rindersteak vom Aldi essen, aber ich habe bei einem 300 Gramm Angussteak von unserem lokalen Metzger durchaus schon Probleme. Und preislich ist das ungefähr gleich. Das gleiche gilt für sechs Eier aus dem Supermarkt als Rührei. Die schaffe ich. Sechs Eier vom Bio-Bauernhof wird schon schwierig. Der Umstieg kann mehr kosten, weil du musst dich ja auch erstmal daran gewöhnen. Du musst gucken, wo kannst du die Nahrungsmittel günstig einkaufen? Was sind denn die günstigen Low-Carb-Nahrungsmittel? Aber wenn du da durch bist, dann ist es gar nicht mehr so schlimm. Ganz klar ist aber, gute Nahrungsmittel kosten mehr Geld. Das ist einfach so. Aber wir tun es ja auch für unsere Gesundheit. Und wenn du jetzt nicht ständig Kuchen und Brot bäckst, dann hält sich Low-Carb-Ernährung tatsächlich in Grenzen und kostet wirklich nicht viel mehr als eine normale Standard-High-Carb-Ernährung. Die Basis-Lebensmittel sind ja vor allem sowieso Gemüsesorten und Salate und so weiter. Und die kosten auch in Bio nicht so viel mehr Geld. Und auch bei Fisch und Fleisch ist es einfach so, dass man für ein bisschen mehr Geld viel, viel bessere Qualität kriegt. Wenn du dann außerdem noch zu einem Direktvermarkter gehst, also quasi zu einem Bauern, der selber schlachten darf, oder auch auf einen Bauernmarkt, wo die Bauern das eigene Gemüse anbieten, dann kriegst du viel, viel, viel bessere Qualität, oft Bio-Qualität ohne Aufpreis. Da muss man manchmal ein bisschen danach suchen, aber es gibt schon wirklich gute und günstige Einkaufsquellen, auf die jeder irgendwie Zugriff hat. Man muss sich nur drum bemühen. Was du aber völlig gratis bekommst und nicht umsonst ist, sondern tatsächlich gratis, ist jeden Mittwoch und jeden Samstag ein neues Video auf diesem Kanal hier. Das verpasst du nicht, wenn du da unten auf den Abonnieren-Knopf und daneben auf die Glocke drückst. Dann benachrichtige dich YouTube, nämlich wenn wir ein neues Video rausbringen. Genau. Und wenn du dein Wunschthema von uns umgesetzt haben willst, dann musst du das da unten in die Kommentare schreiben, weil nur dann erfahren wir davon. Ansonsten habe ich sonst nichts mehr zu sagen. Und wir gehen jetzt mal andere Dinge tun. Wir gehen jetzt mal andere Dinge tun. Und du gibst dem Video noch ein Däumchen, wenn es dir gefallen hat. Und teilst es, wenn du willst, dass es noch jemand anders sehen wird. Genau, das hätte ich sagen sollen. Das ist das, was... Aber wir gehen jetzt andere Dinge tun. Geh weg. Ja. Und am Samstag gibt es ein Video über Taco-Chips. Stimmt. In Knusprich. In Knusprich. Tschüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüüü Vielen Dank.